Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Chernobyl Light. Wir haben am letzten Mal hier aufgehört und sind quasi dabei, die erste Mission zu vervollständigen. Wir erkunden hier gerade noch so ein kleines Gebäude oder klein, relativ. Und wir wollten mal hier geguckt haben. Okay, hier kommen wir dann unten. Wo sind wir denn hier jetzt? Oh. Oh, okay. Da würde ich jetzt vielleicht nicht rausgehen. Da ist Dings, alles klar. Und wir wissen ja immer noch nicht, was dieses Chernobyl Light jetzt genau ist. Klar, es ist irgendwie so eine Kristallart, womit man auch irgendwie reist. Du hast ein neues Level erreicht. Du hast einen Sozialpunkt verfügbar. Also ein... ein Upgrade Level. Dann gucken wir doch mal. Fähigkeiten. Kann ich denn... Ausbildung nach unbekannter Begleiter... Ist das egal wie? Wie setze ich den Fähigkeitspunkt denn ein? Ja, ich habe einen Fähigkeitspunkt, aber ich weiß nicht, wie ich den einsetze. Ich kann hier hinklicken, wie ich lustig bin, aber es passiert einfach nichts. Ach, das ist Oliver. Ah, oder sind die... Oh, warte mal. Oh. Ach, das sind... Achso, das sind für die Begleiter Fähigkeiten. Wir kriegen keine Fähigkeiten. Achso. Ja, dann. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Oh, was ist das denn da unten? Ach, das ist ja dieses Chernobyl, dieses Light, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir das einsammeln können. Das ist aber nicht das. Ausbrennen. Verwenden sie Flair. Oh, lol. Man kann sie sogar einen Weg bahnen. Gut, okay. Da gehen wir nicht lang. Da ist natürlich, äh... Atomkraft. Nein. Was ist das denn hier? Nehme ich mit. Woher der auch immer kommt? Wieso habe ich den mal in der letzten Folge denn übersehen, diesen Schrank? Weil ich stand doch hier. Okay. Gut. Haben wir soweit erstmal alles. Dann... Schauen wir mal. Also, mit einer Flair können wir dieses... Dieses Light... Dieses Chernobyl... Dieses Kristalle quasi zum Schmelzen bringen. Und kommen dann quasi auch in weitere Gebiete rein. Das ist interessant und gut zu wissen. Jetzt haben wir noch ein paar Fragezeichen auf der Karte. In 50 Meter in die Richtung. Das müsste... Das ist aber draußen, ne? Ja, okay. DJ Bladman wieder. So, wo war hier der Ausgang? War das hier? Ich glaube, wir müssen runter, ne? Okay. Ja. So, lass mal gucken. Also, wir haben da noch ein Fragezeichen. Aber von da kamen wir doch, oder? Ritzeratze, Ritzeratze. Oder waren wir hier... Nee, waren wir noch nicht, ne? Oder? Ich bin mir nicht sicher. Hier soll noch irgendwas sein. Fragezeichenmäßig. Oh. Nahrung. Gut, wir beklauen den mal. Stört der nicht. Ansonsten... Wer ist denn der illustre Gentleman? Ansonsten haben wir, glaube ich, hier nichts weiter. Das heißt, wir können mal hier weiter gucken. Die Augen sind, glaube ich, die normalen Leute. Da ist noch was in 200 Metern. Also, diese Leute, die wir besprechen können, sind oben am Kompass die Augen, da diese Kreise. Und, äh... Halt, stopp. Die Sachen nehme ich noch mit. Und die Fragezeichen sind irgendwelche Sachen, die man erkunden kann. Oder Sachen, Orte, wo wir noch nicht waren. Hier ist zum Beispiel was in 150 Metern. Von da kamen wir doch. Da gehe ich jetzt noch mal gucken. Es gibt auch tatsächlich Missionen. Also, wundert euch nicht, falls ihr jetzt bei der dritten Folge schaut. Ich glaube, dritte Folge ist es mittlerweile. Oder vierte? Ich weiß es nicht. Und so denkt so, ah, da passiert ja gar nicht, gar nicht viel Action. Ich kann euch sagen, es gibt Missionen, da wird es doch ein bisschen actionreichiger. Gibt es dieses Wort überhaupt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es, äh... Auf jeden Fall gibt es Missionen, wo auch ein bisschen mehr gekämpft wird. Oder geschlichen wird und so. Das kommt alles noch. Äh, wie komme ich denn hier zurück? Puh. Hier ist das Startgebiet, ne? Aber wieso habe ich denn das Fragezeichen überhaupt verpasst? Jetzt muss ich mal eben gucken. Ach, das ist hier bei den, bei den Leutchen gewesen. Okay. Da liegt noch was. Nehme ich alles mal mit. Okay. Gut, haben wir das auch gesehen. Da hätte ich mal von vorne rein reingehen müssen. Aber ich war mir nicht sicher, ob da wirklich Leute stehen. Ich dachte erst, vielleicht sind das so Soldaten oder so. Aber gut. Okay, dann düse ich mal wieder in die Richtung. Von wo kam er denn? Von hier? Geranimo! Geranimo! Okay. Hier waren wir auch noch nicht, ne? Und da sind wir ja, glaube ich, in der letzten Folge gekommen. Jetzt können wir hier mal ein bisschen untersuchen. Hier ist ja gleich noch was. Alte Bushaltestelle. Oh, wie cool einfach. Was für ein Spaß das einfach macht, einfach hier so lang zu schlendern. Ich glaube, dieses Erkunden ist auch ein Großteil, macht auch ein Großteil des Spiels aus. Einfach das Erkunden. Crying? Touch. Der hat aber nicht gecriet mehr, oder? Dann haben wir uns noch eingebildet. Oh, der hat ein bisschen Chernobyl in seinem Kopf. Würde ich sagen. Aber das ist Fragezeichen auch abgearbeitet. Okay, ich sende noch mal einen Impuls aus. Und dann nehmen wir noch mal ein paar Sachen mit. Ich glaube, Nahrung haben wir jetzt schon ordentlich gefunden. Was ist denn... Okay, habe ich es nicht noch gerade gesagt? Wir werden noch Kundschaft kriegen. Habe ich es nicht noch erwähnt? Da ist auch noch jemand. Oh Gott, jetzt kriegen wir, jetzt kriegen wir. Jetzt kriegen wir Kundschaft. Das heißt also, ich werde mal den hier ausrüsten. Nur Vorsichtshalber. Denn jetzt muss ich erstmal ein bisschen gucken, wie wir hier... ...die Jungs umgehen. Und die vielleicht leise ausschalten. Wo ist er denn? Weil die können einen ganz schön... ...ganz schön schnell sehen. Ist das der, der hierhin kam? Ich weiß halt auch noch nicht, wie viele es sind. Das ist halt so das Problem. Wäre ja auch in echt auch so. Da kann es ja auch nicht einfach so. Ich glaube, das war der, der gerade hier war. Ich würde sogar behaupten, dass der gleich wiederkommt. Da von rechts sieht uns einer. Na, wo denn da? Da rechts muss noch einer sein. Okay. Ich vermute, es sind zwei. Ich bin mir aber nicht sicher. Die Steps, ne? Okay, der ist da. Komm. Weißt du, wo der andere ist? Stealth sollst du doch machen! Oh, das haben die mitgekriegt, ne? Scheiße. Das war nicht gut. Ich loote den erst mal. Oh, Mann. Äh, welche Waffe war nochmal sieben? Ne. Acht. Nein, acht. Habe ich aus Versehen nichts genommen. Wo sind die? Ich habe eine Schrotfilm, ich werde sie benutzen. Fuck. Das sind drei gewesen. Das war zu offen. Ich hätte, ich hätte, ich hätte ruhiger angehen sollen, das Ganze. Jetzt weiß ich natürlich nicht... Ich wollte gerade sagen, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie schlau die sind. Ob die... wissen, wo man ist. Muss... Muss... So, two... Two down, one to go. Ich sehe seine Lebensanzeige, aber ich weiß nicht, wo er ist. Alter, Bruder. Langsam. Huah, super blöd. So. Huah. Huah. Ich habe hier die Rübe weggeschossen, Alter. Ups. Äh. Ja, YouTube. Es ist nichts für Kinder. Okay, die Flinte hat sich jetzt schon mal bewährt gemacht. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Fünf war... Ne, sechs war Pistole, ne? Okay. Boah, die Musik. Echt so ein bisschen wie Last of Us gerade. Okay, das macht schon Bock. So, jetzt haben wir ein bisschen Action gehabt. Jetzt ist es auch wieder gut. Jetzt können wir wieder ein bisschen Scanny Vanelli machen und... Okay, das Gebiet erkunden. Die wollten uns ans Leder. Ich frage mich, was sie hier bewacht haben. Weil die haben ja noch ein Fragezeichen auf dem Kompass und auf der Karte. Wir können gleich mal die Karte übrigens mal öffnen. M-Map. Ja, guck mal. Seht ihr, da ist noch ein Fragezeichen. Und so ungefähr sehen dann... Wie kann ich denn bewegen? Ah, so ungefähr sehen dann so diese Gebiete aus. Damit ihr mal ungefähr einen Eindruck habt, wie groß diese Gebiete sind. Und es ist nicht gerade klein. Und äh... Ja, mega. Da ist unsere Hauptmission. Lebensmittelversteck. Aber wir machen jetzt erstmal hier. So. Da. Wie gesagt, es gibt noch Missionen, die noch wesentlich schwieriger sind. Revolver-Munition. Juhu. Nice. Gut. Das heißt, wir gehen jetzt mal zum Lebensmittelversteck. Vielleicht... ...sind da auch noch Gegner. Ich weiß es nicht. Müssen wir gucken. So. Wie gesagt, wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Da ist noch was. Pilz für eine leckere Pilzsuppe. Hä? Wo? Wer crieit denn da schon wieder? Da crieit schon wieder jemand. Und da oben ist irgendwas drin? Ich glaube, hier waren wir auch noch nicht. Wie kommen wir da rein? Hier vielleicht? Hallo? Schon wieder diese Puppen, Alter. Was haben die Entwickler mit ihren Puppen? Oh Gott, ich hasse Puppen. Okay, das ist echt cool. Muss ich sagen. Das gefällt mir so gut. So. Nehmen wir mit. Chemikalien. Unsere ganzen Krempel. Und einen Brenner. Nice. Ich bleib mal hierbei. Guck mal, soll man zum Abscannen. Guck mal, da ist nochmal eine Kiste. Drei Kisten auf der unteren Etage. Müssen wir gleich nochmal gucken. Ich würde gerne noch tatsächlich so Zettel finden. Das wäre noch ganz toll. So mit Geschichten. So über diesen Ort. Weißt du? So, wo du dann nachlesen kannst. Alter, dieser Puppen. Wo du so nachlesen kannst. So, was hier mal war. Oder. Ich bin raus. Ciao. Was hier. Was wollte ich gesagt haben? Äh, was hier mal war. Und, und, und. Ähm. Da war auch ein Dietrich. Verdammt. Ähm. Ja, wie die Leute hier gelebt haben. Vielleicht so kleine Mini-Geschichten. Das wäre toll. Weil ich glaube nicht, dass es hier so, so Zettelchen gibt, aber, ich kann mich auch irren. Aber ich meine, ich hatte damals auch schon keine gefunden. Boah, da. Alter, mach doch noch lauter. Petrus ist sauer. Da kommen wir, glaube ich, so nicht rein, ne? Da brauchen wir, glaube ich, den Dietrich für. Den Büger Lars. Oder den Olli. Aber erst mal müssen wir da hin. Was ist denn? Was ist denn? Was? Alter. Was ist das denn hier? Mhm. Schön. Ganz schön stürmisch hier heute, ne? Da kommen wir auch rein. Würde ich einmal... Würde ich einmal erkunden, weil hier drin gibt es auch noch Ressourcen. Weil je mehr wir haben, desto besser. Gasmaske. Gasmaskenfilter, Gasmaskenfilter. Ja, nehme ich alles mit. Warum sollten wir das rumliegen lassen? Weil ich weiß nicht, ob die Mission da direkt schon zu Ende ist, wenn wir da gleich zu der Hauptquest gehen. Deswegen würde ich jetzt gerne hier noch ein bisschen erkunden weiter. Ich habe schon Angst, wenn die ersten Viecher kommen. Die ersten Kreaturen. Äh, hallo? Ah ja. Boah, ich dachte schon... Ich dachte da oben ist irgendwie... Alter! Was ist das? War das Tatjana? Alter, wie creepy! Das Spiel ist einfach... Und das ist so Open World. Das kann man so viel ver... 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 Verpassen? Weil hier müssten wir eigentlich nicht rein. Oder sollten hier eigentlich... Duft oder... Wir mussten hier eigentlich gar nicht rein. Aber ich mache das ja, weil ich gerne erkunde. Oh Gott! Ohohoho! Ich will hier raus! Da hinten lag noch was, ne? Da! Müssen wir mal gucken. Alter, und ich gehe doch da rein. Ich bin so bekloppt. Okay, hier geht es nicht rein. Ja, ist doch gut. So, wo war das jetzt? War das jetzt hier irgendwo? Merke, wenn sie entkommen möchten... Müssen sie den... Portalgenerator aus dem Inventar verwenden. Ja, 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 ja. Alter, dieser Blitz, ne? Wo war denn das Grüne gewesen? Was wir da gescannt hatten? Also heißt es, wir müssen... Aber ich hatte doch hier gescannt und habe doch da drüben was Grünes gehabt oder nicht. Jetzt ist es weg. Da ist noch was zum Einsammeln. Das heißt also, wir müssen eigentlich im Prinzip die Quests nicht machen. Um zu entkommen. Aber, um halt Erfahrungspunkte etc. pp. zu kriegen, müssen wir es natürlich machen. Waren wir hier schon? Oh. Oh. Oh, da können wir eine Flair reinwerfen, wenn wir wollen würden. Ja, 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 ja. Mit der 2 würden wir das machen. Mach ich aber nicht. Ich will erst die Mission beenden. Die wir noch offen haben. Das müsste das Gebäude sein. Das ist das letzte, was wir noch nicht haben. Hier ist noch was. Elektronikteile. So. Okay. Das Vorratsversteck muss hier sein also. Jetzt natürlich die Frage, wie kommen wir rein? Irgendwie muss es hier reingehen. Die Frage ist, wie? Können wir hier rüberspringen? Sollen wir hier rüberspringen? Dürfen wir hier rüberspringen? Oh nein. Oh nein. Oh, ich dachte schon, wir sind festgebackt. Okay, da oben sollen wir also nicht hin. Sag mal, kann das sein, dass das Wetter mal schlimmer wird? Da oben müssen wir hin. Ah, hier. Oh nein. Oh nein. Nein, bitte nicht. Wo bin ich denn jetzt? Hm. Quest beendet. Lebensmittelversteck. Juhu. Nice. Sehr schön. Das heißt, wir können mit dem Portal jetzt... Das war auf der 2, ne? Der Portalgenerator öffnet einen Teleport, der dich zur Unterkunft bringt. Halte gedrückt, um das Portal zu öffnen. Nein, Tanüche. Du spielst nicht richtig, Sonne. Du spielst nicht. 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 Das war der größte Krasler. Der größte kompositoren ist. So, 13,6 Lebensmittelrationen. Was hat er? Er hat 5 Brote mitgebracht, Chemikalien und noch irgendwas. Ich glaube, Schrottteile. Gesundheit, gesund und stabil, Psyche. Oder ist er immer noch dabei? Rationen geben. Igors Psyche wird stark abnehmen, weil er nichts zu essen hat. Achso. Es gibt nicht genügend Betten, wodurch einige Gefährten gezwungen werden, auf dem Boden zu schlafen, die sich die Gesundheit in Psyche auswirken. Doppelnahrungsrationen erhöhen seine Gesundheit und seine Moral erheblich. Eine einzige Essensration macht ihn satt und zufrieden, was die Gesundheit und Moral ein wenig steigert. Das machen wir mal. Uns geben wir natürlich auch eine normale Ration erstmal so akzeptieren. Bist du sicher, dass wir verteilen mit Lebensmitteln? Ja, bin ich. So, jetzt haben wir die Lebensmittel einfach mal verteilt. Und damit haben wir auch unsere erste Quest. Während des Abends kannst du neue Upgrades für die Basis erstellen und die Zeit mit den Gefährten verbringen. Geh in dein Zimmer ins Bett, um einen neuen Tag zu beginnen. Okay. Aber wir können natürlich mit den Gefährten interagieren. Mission ist natürlich jetzt nicht. Man hat pro Tag immer nur eine Mission. Ich würde jetzt gerne gucken, ob wir vielleicht an der Werkbank irgendwas bauen können. Wie können wir denn hier was herstellen? Wir haben das Ding gebaut. Herstellung neuer Gegenstände, Verbesserung der Ausrüstung. Ja, hier, das brauche ich. Igos Inventar. Äh, Maschinen und Geräte, in die sie verschiedene nützliche Gegenstände herstellen können, um die überleben in der Zone. Ja, das brauche ich. Waffenschmied, Tisch zum Erstellen von Waffen, Patron zum Aufrüsten von Waffen. Herstellung von Panzerplatten, nein. Na, Lagerräume. Okay, das hier müsste es sein. Wenn, dann. Ich bin gespannt. In der ersten Klasse ist aber nützliches Labor, in dem du, Anti, nein. Dank der Herstellung und Verbreitung des Gummis kannst du Gas, Massen, Filter, nein. Alter, was ist das denn alles? Recycler, Industriemühle. Gut für dich im Tschernobyl, kleinere Kräfte gibt du. Ah, hier. Du kannst jeden Dietrich für ein Almro-Aktivität herstellen. Da, was brauchen wir denn dafür? Baue Laser-Schneidemaschine, um diesen Gegenstand freizuschalten. Laser-Schneidemaschine. Wo finde ich die? Laser-Schneidemaschine. Wo finde ich die denn? Waffenschmied, finde ich die hier. Hydraulische Presse, elektrische Drehbank. Blechwerkzeug, Industrie-Schmelzofen. Ich bin halt völlig lost, ne? Man merkt es mir Gott sei Dank gar nicht an. Okay, bevor wir also Dietrich hier bekommen, würde ich sagen, fangen wir erstmal mit den normalen Sachen an. Ich würde für die Leute, glaube ich, erstmal auch ein bisschen was bauen. Möbel zum Beispiel, Betten und so ein Kram. Gibt es sowas hier? Chernobyl-Leittisch, auch schön. Einen Thron. Wo finde ich das? In Dekorationen, Elektronik, Licht, Möbel, Tisch, Stühle, Sessel. Mit dem kannst du einen dunklen Ort wie zu Hause fühlen. Wände, Zuflucht, lalala, Utensilien kannst du ohne Privatsphäre. Das sind aber nur Wände. Also kriegen wir später noch mehr Leute. Igos Inventar. Ah, hier Schlafplätze. Ach, guck mal an. Ein gewöhnlicher Schlafsack ist, ihre Begleiter sind möglicherweise etwas mürrisch, wenn sie keinen Schlafplatz haben. Bietet einen zusätzlichen Schlafplatz. Das braucht Pilze, Brennbar und Kräuter. Also Kanister. Zwei Kanister, zweimal Pilze, viermal Kräuter, sechsmal Kräuter und zwei mechanische Teile. Das bringt wahrscheinlich auch viel mehr Ruhe in den ganzen Dings. Ich würde vielleicht hier so die Betten-Dings machen. Das Bettenlager, oder? Oder hier unten. Ja, machen wir hier, glaube ich, das Bettenlager so hin. So für die, für die Leutchen. Ich würde jetzt erstmal mit dem Schlafsack anfangen. Und wir können ja später dann gucken, dass ich vielleicht hier jetzt erstmal so den ersten Schlafplatz platziere. So, hier so hin. Bauen. Also 101 Prozent Komfort als Lebensbasis. Und noch einen bauen? Ne, wir haben ja eigentlich nur den. Also wir haben ja unser eigenes Zimmer. Schauen wir mal. Was haben wir denn sonst noch? Ich würde jetzt noch hier Werkzeugklamotten bauen. Arbeitstisch. Grundlegende Tischwerkzeuge, mit denen Sie Holz schneiden und Gegenstände zusammenschrauben können. Mit ein wenig Wunsch können Sie ein paar einfache Maschinen und einige Möbel die Basis erstellen. Ach so. Das ist der, damit wir hier überhaupt was bauen können. So. Laserschneidemaschine. Da ist sie. Die können wir sogar bauen. Ich würde hier so die Werkstatt machen. Laserschneidemaschine. Und damit können wir dann auch die Triche bauen bald. Die mache ich hier hin. Hier so. Ja. So. Bauen. Zack. Nicht genug Strom in der Basis. Bauen Generator oder Geräte, das weniger Strom erzeugt, um den Stromverbrauch zu senken. Ein Generator. Wie bauen wir denn Generator? Da muss ich jetzt erstmal gucken. Energieversorgung. Ah, hier. So. Können wir sogar bauen. Würde ich auch hierhin machen. Hier in der Ecke so. Hier so hin. Juhu. Wir haben wieder Strom. Wo sieht man das denn? Komfort als Basis ist runtergegangen. Weil, warum? Leistungsüberschuss haben wir plus 60. Aber warum haben wir denn minus 15? Ach so, weil der wahrscheinlich zu laut ist oder so. Ach, die haben unterschiedliche Werte. Jetzt sehe ich das. Erstmal hier oben sieht man das. Ähm. Ach so, der hat natürlich die schlechtesten Werte. Aber gut. Komfort der Basis wird ja noch. Wir sind ja erstmal am Anfang, ne? Luftqualität. Gerät zur Reinigung der luftvergiftigen Partikeln. Baum, Sicherheit, den Komfort der Basis. Was haben wir denn da? Eine Luftwaschanlage. Luftqualität plus 20 Prozent. Plus 5. Okay. Muss man natürlich alles erstmal gucken, ne? Okay. Ach so, man nutzt die Sachen gar nicht. Die sind dann einfach da, oder was? Wo waren das mit denen? War das hier? Nee, Schlafplatz. Uh, lol. Uh. Oha, Alter. Oha. Das ist ja wohl mal... Krankenhausbett. Ein einfaches, prämisives Bett für Verwundete. Es ist nicht sehr praktisch, aber er wird ihnen helfen, sich über Nacht zu erholen. Das ist natürlich auch geil. Einen der verletzten Gefährten wird sich ein wenig gesund. Das machen wir auch mal. Hier so Krankenbetten. Direkt neben dem Generator. Beste Idee. Da kann man sich richtig wohlfühlen. So. Zack. Aber wo war ich denn gerade? In welchem Baumenü? Hier war das. So. Ähm. Molekularbeschleuner. Beschleuniger. Wo war das denn gewesen mit dem... Mit dem Dietrich? Mit dem Bürger Lars? Das müssen wir selber erstmal gucken. War das hier? Hier war das. Kann ich sogar bauen. Ich meine, geht die Lebensqualität natürlich ein bisschen runter. Aber wir haben Dietriche. Und da sind ja wertvolle Ressourcen drin. Bau ich jetzt einfach mal. Fangen an zu basteln. Können wir hier machen. Äh. Jetzt würde ich aber trotzdem noch gerne erstmal was für die Dings bauen. Für die, äh. Für die Erholung hier. Für den Komfort. Fernseher. Ja. Farbfernseher. Möbel. Tisch vielleicht irgendwie so. Wo man gemütlich dran sitzen kann. Drehmodus. Es wird schon wohnlicher. Muss man sagen. So. Luftqualität natürlich schlecht. Das müssen wir machen. Level 2 erreicht. Ja. Ähm. Ist da was? Wir machen das in der nächsten Folge. Machen wir ein bisschen weiter die Basis bauen. Und, ähm. Dann gucken wir mal, dass wir hier noch ein bisschen Luftqualität verbessern. Weil da, Alter. Oh. Hier hätte ich das Bett drunter bauen müssen. So. Ähm. Würde ich sagen. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Und dann schauen wir mal, dass wir irgendwie hier, äh. Uns das gemütlich machen. Dann gucken wir uns nochmal bei uns in der Bude natürlich um. Weil wir ja auch schlafen gehen müssen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. In der nächsten Folge. Channel Beleid. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.